hallo und herzlich willkommen zurück zu lego fort aber hier sind nur von diesen fischern noch mal ich hab doch besser als dass der hier explodiert und mich irgendwie da noch einer wo kommen die denn alle her vorartiger gut gemacht prima wollte ich gar nicht hin wollte hier hinter irgendwo noch besser ran man weg ja eine latte Ah, der kämpft mit dem Skorpion, okay. Ja gut. An dem Zeug braucht man ja jede Menge. Wo ist der Skorpion hin? Dann gib mir das. Ok, die ergeben kein Fleisch. Der Irre. So. Ok. Bride Core. Zwölf. Das wird nicht reichen. 21 Beinemite. Ähm. Oh, der lebt noch. Da leben noch einige. Ist aber gut hier. Wo wollte ich denn hin? Und hier hin? Ja, das sieht auch gut aus. Kann ich von oben alles weghacken? Muss dann nur noch unten einsammeln. Nein, nicht reden. Sei nicht so ängstlich. Das ist nochmal so ein Ding. Na, ich geh mal ein bisschen höher. Nochmal. Hä? Alter. Jo, genau. Wie viele sind denn das? Ja, hau den kaputt. Da unten liegt das Fleisch. Äh. So. Hier geht's doch runter. Perfekt. Wem kommst du jetzt wieder? Okay. Ja, ja. Dieses Bride Core, ne? Schon witzig. Was heißt witzig? Schwer zu beschaffen, meine ich. Wie hängt das an der Decke? Witzig. Schwer an. Komme ich da ran? Eher nicht, ne? Schwer an. Komm ich da ran? Ah, da komme ich auf keinen Fall ran. Au, au, heiß, was ist passiert? Alter, schnetzelt der hier oben. Guck dir das mal an. Ähm, nee, brauche ich nicht, das würde ich mitnehmen, das würde ich mitnehmen. Da hinten kommt nochmal so ein Explosions-Teil an. Warte mal, die kann ich doch bestimmt von hier oben kaputt schlagen. Da. Nein, ich will nicht mit der reden, ich will doch aufsammeln. So, war ja unten noch was. Was habe ich denn 67 und 30 Eisen? Nicht viel. Ah. Wachsen die hier aus dem Boden? Diese Viecher. So, ich will da mein... Das sind ja noch zwei. Ja, super, das habe ich eben auch gemacht. Und bei denen komme ich, glaube ich, von da ran. Hoffe ich. Ja. Ja. Okay, das war's hier, ne? Nee, da hinten ist noch eins. Ah. Okay. 84. Okay, das sind... 42. Äh. Die Dinger sind nervig. Super nervig. So, das war's aber jetzt. Äh, hier. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Und keinen Müll aufsammeln. Das ist nochmal so'n Ding. Da hinten ist nochmal so'n Ding. Ähm. Hier ist nochmal so'n Ding. Explosionskern. Nehme ich auf'n Rückweg. Sag mal. Wollen wir den Rückweg? Ist das hier der Rückweg? Ja, aber hier war ich doch schon. Wo kommen jetzt die Viecher hierher? Ah, ich nehme auf'n Rückweg. Sollte mal einen Satz zu Ende sprechen. Da. Schon wieder. Nehmen wir halt noch Ophysidien mit. Ophysidien brauchte ich für die Spitzhacken, ne? War das so, oder? Ja, jetzt wird alles mitgenommen. So. Uah. Nein. 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 Böse Falle. Äh. Äh. Ja. Ganz genau. Was denn das passiert? Gut. Gut. Hier ist noch mein Bett. Und der ganze andere Gram. So. Jetzt aussortieren. Das brauch' ich nicht. Ähm. Das lass' ich mal. Granit kann raus. Du, 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 du. Der Pilz kann raus. Okay. Das Licht hier noch. Noch'n. Das Ei hab' ich aufgesammelt, ne? Okay. Pilz kann nicht. Ja, komm. Auf geht's. Wir geh' nach Hause. Schnell, schnell. Und zwar. Was liegt hier noch rum? Eigentlich unnötig, ne? So. Okay. Ich muss in die Richtung, in die ich guck'. Warte mal. Das hatte ich doch hier alles aufgedeckt. Wieso ist das jetzt wieder neblig? Hm. Ich muss in die Richtung, in die ich guck'. Ist hier vielleicht so'n... Da hinten. So'n Turbostrahler. Da geht's lang. Ist ja richtig gebracht. Ja. Yo. Richtung Schneegebiet. Hallo. Wo ist das Schneegebiet? Da hinten. Ähm... Wenn ich hier so rüber guck', musste das die richtige Richtung sein, ne? Hä? Ne. Ja, hoffentlich ist gleich nicht wieder dunkel hier. Naja. Zwei Folgen gebraucht. Ne, eigentlich drei. Weil ich muss das ganze Zeug hier jetzt auch noch einschmelzen. Dieser hoch. Jetzt geht er hoch. Was denn für'n Baum? Der sieht aber seltsam aus. Ähm... Schneegebiet. ... Vom Rennen. Wohlfii. Wohlfiii. man hört schon die eulen macht so mein home is my castle wäre dann in die richtung ich renne mal darüber und dann melde ich mich wieder das gewitter hat aufgehört das dauert immer echt ewig ich brauche 25 das heißt das ist jetzt das letzte das absolut letzte hier okay haben wir dann waren es die dinge 30 nehmen jagddolch oha okay aber doch aufwerten was fehlt noch mal auch mit 35 wo mich die denn hingetan da sind geschliffene saphire jetzt eigentlich ein jagd dolch machen so leute es ist noch ein bisschen hell kommen wir werten schnell auf ja ich darf aufwerten ja super klasse und tolle und bild machen und fertig ne der dorf ist vollends aufgewertet kann man noch jemanden einstellen wer ist denn hier im dorf drin wie sie das bedeutet du kätzchen die läuft bei der arbeit wann habe ich die übersehen habe ich das schneemännchen der mit der kapuze uns keiner da doch er hier nämlich ruhig egal ja ich habe ein paar tolle betten bot ja und bleibt gleich hier ich habe nicht im bett so ich hoffe er kriegt jetzt nicht dass die bett hier draußen alles gut okay wir sind level 10 wir gucken uns noch kurz an was es neues gibt bestimmt eine menge so warte mal hier noch mal so halbe brettchen also absolut hammer so wände antike schräge wand das sind die sachen aber was kosten die denn holz und ranken nur holz hier granit wird es wieder dunkel das hier holz und ranken gibt es ja in der wüste so viel holz und ranken ja gibt's schon das innere dachdreieck da und nix nach hier dekoration schulpturen was ist das denn eine chinesische skulptur und lama statu gold ist ja cool schokutenpalast statu so gebäude soll es auch noch was geben hier der große palast ja den baue ich in die wüste genau das mache ich der große palast kommt in die wüste gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns morgen bis dahin gehabt euch gut und was ist dann der hinten schon wieder los dies